Auf meinem Roadtrip durch Deutschland soll ich endlich Ruhe und Entspannung finden, meint Bad Langensalza, die liebevoll blühende historische Kurstadt inmitten Thüringens. Gemeinsam mit dem nahegelegenen Nationalpark Heinich bietet Bad Langensalza perfekte Bedingungen für eine Auszeit vom Trubel des Alltags. Starte am besten mit einem Frühstück an der Marktkirche und im anschließenden Rundgang durch die Innenstadt mit neun verschieden gestalteten Parks und Gärten und einer Führung durch die versteckten Hinterhöfe und Keller der Stadt. Denn im Boden liegt auch das Geheimnis des berühmten Trinkheilwassers. Das bekommst du kostenlos in der Friederikentherme, auch ohne Eintritt. Dann verpasst du aber die stilvoll neu gestaltete Therme und Saunalandschaft. Unweit findest du den Nationalpark Heinich mit dem Baumkronenpfad und weit verzweigten Wander- und Fahrradwegen. Im Nationalpark kannst du auch eine Übernachtung im Biwak buchen und so eine sternenklare Nacht unter freiem Himmel erleben. Naja, bei uns hat das Wetter nicht so mitgespielt, aber dann hat der Beiname Urwald mitten in Deutschland ja irgendwie wieder gepasst.